Mit diesen pikanten Schlafzimmerfotos schockt Madonna ihre Fans. Madonna postet freizügige Bilder aus dem Bett. Madonna kann es einfach nicht lassen. Die Sängerin ist die Königin der Provokation. Immer wieder sorgte sie während ihrer langen Karriere für Skandale. Ihre bevorzugten Themen, Sex, Religion, Fetische, noch mehr Sex. Auch mit 63 Jahren geizt die Popikone nicht mit ihren Reizen. Jetzt gewährt Madonna ihren Fans erneut sehr tiefe Einblicke, doch die sind von dem Anblick eher geschockt als begeistert. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst dir den Inhalt einfach mit einem Klick anzeigen lassen und im Privacy Center auch wieder ausblenden. Hör auf, deinen Arsch zu zeigen. Nippelalarm und obszöne Posen So kann man Madanas neuestes Posting auf ihrem Social Media Account zusammenfassen. Bei Instagram veröffentlichte die Sängerin eine Reihe von Fotos, die sie im Schlafzimmer zeigen. Nur mit einem schwarzen BH, einem Tanga und einer Netzstrumpfhose bekleidet, regelt sie sich im Bett und schaut mit einem lasziven Blick in die Kamera. Auf einigen Bildern sind deutlich die Brustwarzen der 63-Jährigen zu erkennen. Zu viel des Guten für viele von Madanas 16,9 Millionen Followern. Sie finden die Aufnahmen zu vulgär. Warum, Madonna, das wird jetzt irgendwie peinlich, deine Kinder müssen so stolz auf dich sein und hör auf, deinen Arsch zu zeigen, wir haben viel davon mit dem Sexbuch gesehen und es war damals mutig. Jetzt ist es einfach klassenlos und hat nichts mit deinem Alter zu tun, heißt es von Seiten der entrüsteten Fans. TMI TMI TMI